Moin Leute, heute wird's dumm, ihr seht schon, Big Rock, Max und Granite sind dabei. Bis gleich. Moin Leute und herzlich willkommen bei RZ Kass & Co. Heute sind wir endlich mal wieder zu dritt hier. Wir haben, wie eben schon erwähnt, Big Rock, Max und Granite hier. Ich würde sagen, wir beginnen als erstes mal mit einem kleinen Race mit Big Rock gegen Granite. Ich fahr mal den Max beiseite und dann geht's gleich los. Geht's los, seid ihr bereit? Dann fahrt los. So, jetzt aber, hopp. Na gut. Dann. Uh. Oh, das geht direkt weiter. Ah, der arme Big Rock. So, weiter geht's. Ah, ich komm gar nicht hinterher. Ja, bei den Hügeln, das ist echt, da muss man genau passend drüber fahren, sonst landet man schlecht und dann wird's nix. Oh, das ist echt, da muss man. So, es geht weiter. Big Rock kommt auch noch mit. Weiter geht's. Oh, schon wieder das gleiche. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal mit Max und Big Rock weiter. 3, 2, 1, go. Oh, ich weiß aber auch nicht, was heute los ist. Jeder fährt heute schlecht. Ich bin heute einfach durch Chaos. Oh, jetzt bin ich hier drauf. Ich will einen Backflip sehen. Ich will einen Backflip sehen. Ja, hätte ich sicher auch noch hinten stellen können. Hätte ich. Egal. Oh, Max. Max kommt noch. Ja, ich will nicht mehr. So, jetzt machen wir. Einfach nur Chaos. Du. Starten wir mit Max und Big Rock. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Neue Chaos. Du, ja? Neue Chaos. Die haben jetzt noch eine Brille. Ja, das ist geil, das war die Video. Die Der SWB auf der Endstrecke gibt es die Strecke. So, jetzt springen wir auch hier drüber. So, wie lange? Ja, und jetzt der Max. Ja, das war ja nichts. Und der Max nochmal. Jetzt hoffentlich mal ein Backflip. So, jetzt aber der Backflip. Los. Jetzt haben wir Big Rock und Granite. Die zeigen mal hier, was sie auf dem Standard-Hügel können. Big Rock? Er liegt auf dem Dach. Oh, halbe Überbelichtung jetzt. Alter, wieder auf die Räder gekommen. Ja, mach. Ja, mach. Das hat sich sehr ungefähr angehört. Big Rock kommt. Ah, au, au, au. So, jetzt hier ein Sprung mit Max. Mit hoffentlich einem Backflip drin. Mit hoffentlich einem Backflip drin. Oh, wie gut ist das. Oh, jetzt kommt noch mal ein Flaps. Jawohl. Geht doch. Das hat grad so einen Schlag gegeben. Jetzt machen wir hier noch so ein bisschen Speed Race mäßig. Auf der Strecke. Oh, wie. Oh, wie. Oh, wie. Verbrenner. Alter. Yo. Ja, beim Big Rock ist irgendwas am Differential. Am hinteren, keine Ahnung. Aber er fährt. Das ist gut. Ja. Das ist halt wirklich hartig. Wartest du Folger? Nein, nein, nein. Ich folge erstmal. Oh, oh, oh. Bäume. Der Big Rock mag Bäume. Und da kommt ein Fahrrad. So, somit haben wir mal ein sehr gemischtes Video gemacht, wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ja, das war's dann soweit. Endlich haben wir den Big Rock mal wieder gesehen. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal bei RC Krasenkuch. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Nuissimo. 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 Nuici.